da ist mehr leisten kann es ist noch zehn Abonnenten okay dann mach ich ich mach dann den Stream aus ey nein nein du hast elf Abonnenten guck doch guck doch auf YouTube geil was stimmt du bist großes Kino warte guck in deinen Chat rein ich schreibe jetzt was rein warte ich schreibe jetzt was rein wie ne Apple Kino ich hab was reingeschnitten Kontrolle Player und noch diese Komi geparmt weiß ich nicht ey es gibt Sniper hast du die Battle Pass auf? werde ich mir machen Digga ist die beste Season aller Zeiten ey ich hab ne Frage an dich wenn du den weg wenn ich mir keine PSN Karte kaufen darf weil ich frage ja meine Mutter wenn die durch eine Arbeit kommt kannst du mir damit den V-Bucks schenken ich zahle dir das Geld dann zurück ich guck mal wir werden uns treffen nein nimm ja ja ok ich hab mir wusste schon bevor hat gewinnt dass diese Sniper wieder ins Game reinkommen ja alter ich schwöre Sniper hat immer gefehlt die hat man immer aus Lootrop bekommen oder so ja hä hä was ist aber jetzt los guck mal die halt äh guck mal das ist kein Fortnite mehr was eigentlich jetzt mit der Zone keine Ahnung bleib mal stehen und guck mal guck mal hinter dir guck mal ob du die siehst will Sniper Junge guckst doch alter will Sniper Junge guck ich hä die ist weg was mit der Sonne bleib mal am Rand dann stehen das normale Zone das hat die doch weggemacht geh einfach mal zu Stimmy ne ich suche mir jetzt ein Hai wo kann man die finden gibt es wirklich Haie? ja im Trailer konnte man die reiten kann man die reiten? ja es gibt sogar Autos zeig mal die Orte die es gibt zeig mal sind die Bossorte weg? das hat sich voll viel verändert sind die Bossorte weg? die Scharke die Scharke ist weg ja die Bossorte waren sowieso schwarz ey warte was ist das da vor mir? guck mal da ist was da ist was was ist das denn? das ist ein schwarzes Loch alter komm was ist das? geh mal da rein geh mal da rein geh mal da rein geh mal da rein warte mal kurz ich nehme mir hier Dings Slipi Slip ne kack drauf nimm Take Junge ich vertraue dir mal what? oh mein Gott wie weit bin ich geflogen was? was? du kannst fliegen? tschüss ich sag doch probier das aus ich bin schlau ja wo soll ich wo kriege ich jetzt ein Hai? das ein Hai 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 wo? wo? hier ich will denn nicht da um die ein komm her Bro wir haben beste Freunde da kracht mich an geh weg schieße ihn aus schieße ihn aus der tut mir voll leid ich will den nicht töten wie nimmt man den denn? keine Ahnung snipe ihn wenn du ihn auskommst gibt es die äh dann gibt es der eine schieße oder? wenn du ihn auskommst schieße ihn schieße oder? hat den genauskommst hast du nicht hab ich irgendwas mit den Fischen los die sind auf Wasser der gibt dir so Schaden du bist doch tot du bist doch tot hör auf alter ich dachte wir wären Freunde der wohnen Sohn du bist noch falsch mit mir gebangt wenn wir auf YouTube sind oh mein Gott digga ich hab keine Leine ich hab nur 2,9 Thomas laden und dann kann ich auch zocken alter was das geht jemand mit der Seilhochschwanz wenn du den Typen auskommst gebe ich dir einen Schiff Lügner der Hai ist abgehauen hä hä die Luftkisten sind anders zeig geh mal drauf geh mal drauf ja die haben nur andere Farbe ey die alte Zone ist einfach zurück geil wo ist diese Hai geh mal in die Zone rein zurück dass der Steil weg feeder Diameter wie kommt man auf so einen Hai dr Tax live Publikum gegen nun und Arben auch nicht heir ich möge eigenen freunde die man mit dem boot zu einem heil ich mache brutschlachtiger der kommt mein komplette hp abgezogen allerdings ich gehe noch mal ich schwöre warum macht er so viel schaden etwa da auf den schüler konnte man den reiten was eine lüge alter das war praktisch mit dem mann wie man dort ich bin die ganz schulde passt schon ich weine gerade ich gehe zu diesem heil und werd den besiegen so dass der bild schicken als du weißt ich nicht zugegangen Das ist der Hai, alles deine Schuld, niemand macht dich. Töte ihn, er war noch so jung. Ja, ist so, dann kriege ich Fleisch, dann kriege ich Fleisch. Ritte noch einmal. Nein, nein. Wie ist das denn? Geh weg, such dir ein Haus. Du hast doch Angst, der hat dir so ne Schelle gegeben. Der hat mir Eiswimms. Anti-High-Spray. Der tut eiskalt. Lass mal aufhauen. Hä, dann komm doch nicht deine Inder rein raus, ich will deine Inder rein essen. Witz zu sein, fähig, lecker, lecker. Der Armei, der war so jung. Ich wollte nur eigene Nacken ziehen. Ja, deine Verzeihung, ich war das nicht, gerne. Warum ist hier ne Toilette? Ich war jetzt für diese Kielspieler, aber Maika, ladet mich. Digga, was ist das? Schlürfpilz, Apfel. Zeig, zeig. Nimm den, nimm den, nimm den, nimm den, nimm den oder ich tu dich entfolgen. Überall. Lecker. Alter, ist die Zoo nun auch. Küssen sie sich. Dieses Update ist so krass, hä? Wenn, äh, wenn ich halt weg bin, und du hörst dich halt lieber. Da ist ein Jigna, da ist ein Jigna, pass auf. Wenn ich was anderes ist, ist was bloß. Ja. Da ist ein Jigna. Da ist ein Jigna, da ist ein Jigna. thyroid. Her Gib dir's Jigna. Wenn du recur typescht jetzt hinlernen will, hättest du dich aufgelassen. Rachte 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 rache rache. Denkst du, ich falle hier gegen einen Kacker? Ja, du fallest immer gegen Kacke. Nimm denODFer unterstützt. Auf jeden Fall, der nicht irgendwelche Ali in seiner Abte nach dem Tantoilette, äh, in Kanada macht sonstpersön, führen sie auf jeden Fall nicht Spaß. Der wie die Versuchungen einzuschnappen. Zwei Haie! Oh mein Gott. Ihr weg. ich dachte der stein wenn man einfach kein plan von ford hat wir verfolgen nicht dieser typ und der high dass wir jetzt meine erstfeinde immer dieser typ er ist nicht so und ich bin dankbar und ich bin mir erstmals so los voll kacke ich will mit der alles erkunden die weg ich hab aber wenn du die wachst du kommst jetzt im bett und du kriegst ja noch ein bisschen das ist dann schenkst du mir ein bett und jetzt ich glaube die droppe geht zu dem hin ich will sehen wie er aussieht Da ist ein Lupop. Junge, das ist die Legende. Die Legende ist zurück. Ne Augen. Nehm die mit. Nehm die mit. Nehm Blue Life mit. Kack auf Blue Life. Erstmal ne Augen. Ekelloses Miststück. Spinne. Spinne, ist das schon noch? Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, sorry. Das macht keinen Sinn, den anzuschießen. Seit wann sind Zahlen? Deutsch? Alter, Mann, Alter, diese Trickschwitzer mit der Tag, Alter. Diese Waffe ist so schlecht. Trickschwitzer mit Tag. Trickschwitzer mit Tag. Alter, das ist so ein neues Season. Die legt alles unter Wasser. Du meinst an, Junge. Warte noch eine Minute, geh nicht neue Runde, geh nicht neue Runde. Ticker, dein Stream lag gerade so hart. Das ist dünn. Junge, hast du noch einmal den Use Code? 17 Döhner an deiner Freundschaftnis. Ja. Frag dir mal, ob er den Döner bezahlen kann. Hallo. Best, beste Titel. Warum machst du zwei Likes, Junge? Ich hab zwei Likes. Ja. Na ja. Wie lange haben wir 100 Sekunden? Ich bin Fame. Hast du den Battle Pass gekauft? Nein. Zeig den Tanz nochmal. Ich will sehen, was im Battle Pass gebaut werden soll. Ach so. Oh, der ist so geil. Oh, was ist denn? Hey, man kann mehr Emotes tragen. Oder? Ey, geh mal, kauf dir mal Battle Pass. Ich will sehen, wie es aussieht. Los. Du hast wirklich keine V-Bots, willst du mich jetzt gerade komplett verarschen? Äh, ja. Ich dachte, du kommst die Battle Pass. Warte mal kurz. So. Herzen mehr? Ja. Komm, steht da unten, es ist ein Schwerter. Um ein Uhr, schon um ein Uhr. Und dir ist es gleich geladen, 14. Ja, okay. Ich bin, äh, 10, 7, 5, 2, 1, es ist geladen. Es ist geladen, Armin Aködem. Ich bin einfach krass. Nein, nein, nein. Weiter. Weiter. Ich hab doch noch Zeit erst mal. Ich hab ja schon nur 11 Uhr. Ja. 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 Das ist sehr schade. Ja, da ist. Ja. Ja. Ciao. Ich weiß nicht, was ich weiß. Deine Pierschüsse sind dann. Let's go. Mit der Korpsen hat's weit. Oh Gott, mach die da wieder an. Ich spiel so lange schon mal eine Runde. Oh mein Gott. Irgendwas war der Hängegleiter. Geht nicht, keine Ahnung warum. Dann geht's nicht. I'm lucky, it's all good. Schrottflüten sind schlecht geworden, diese neuen. Ich dachte, die wären besser. Geht nicht, keine Ahnung. Das ist ein Zechner. Dann sehen wir eine innener Talon. Das ist ein Zechner, das heißt zu sagen, das ist ein Zechner. Das ist ja... Das ist mein Zechner wie bei mir. Dann herauskommst du. Alles gut, alles gut. Ja, ich konnte nicht draußen. Das ist es sehr comunic, das ist ja ... Let's go The cushion I met Ist das noch der Weg? Nein, niemals. Wir sind keine Bots. TV-Dealer. Alles klar. Erst mal Selbstschirm hinzufügen. Hallo? Ja. Wir sind direkt angeguckt. Hast du das gelesen, was ich schon im Chat geschrieben habe? Nein, wir sind Bots. Ich hab Schwanz in den Chat geschrieben. Hast du das jetzt ernsthaft gelöscht? Wird nicht angezeigt. Schreib es noch mal rein. Nein, am Ende werde ich noch gesperrt. Nein. YouTube guckt alles. Wir holen sie nicht. Ender hast das gerade gesagt, ne? Und die hören nicht. An alle, er heißt, wo wir ihn auswerten. Hey und? Alle in Wäldern. Also, rach 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 ich mag keinen Platz. Wir nehmen schon mehr Geld damit. Ach, kann man YouTube. Jürgen, hier kann man keinen heiraten. Nein. Was sind in Lama? Sei froh, dass ich mich zu mir ist. Geh dich zufrieden mit dem, was warst. Zitat, Flo. Ich greife Fisch hier nicht an. die eine schieb ich ich hätte das ja 6 18 die eine stunde schön das sieht so geil aus auch ja ist er auch selbstmachbar umsonst n n n n wie das ich will ich nicht sehen wo ist mir das nicht mehr so wie er hat jetzt worden gestartet die abwärts nicht mehr ist nicht du machst mich einverwichtigste weg ich kann es nicht du machst mich aggressiv alter das sind teile von diric das sieht einfach so geil aus wie geil sieht das alles aus was heute im shop teile teile von mir der shop ist kacke hä was ist kacke ich weiß nicht was du daran der dino skin das legenden skin die unina skin leo battle pass hast du battle pass gekauft oder was die älter dreck schwitzer wo die bett und sollte mich kommen ich mach mir den egal ich mach mir den jetzt schon selber alter natürlich macht er mir so viel den schaden kammer gönnt mir doch also der spiel ich gerade schlecht Ich komm in meine ganze Runde, ich hab dich schon 10 mal eingeladen. Und nimm meine Epic-Freunde und so weiter. Alter Mann, Alter, das ist auch richtig lustig, Alter. Okay, dann zack, Solo, Backe. Guck mal, die haben zögerlich direkt schon Battle Pass, Alter, direkt sucht die es. Digger, ich hab schon, ja, zack, keine Runde zu Ende, ich komm mal in den Solo, oder? Ich komm doch jetzt, ich hab extra verlassen, Mann. Ja, dein Pech, Junge, ich will schon eine Runde treffen. Ja, verlass die jetzt auch. Junge, ich kann nicht verlass. Warum verlass die jetzt, bitte? Nein, Junge, es ist so eine Geile-Runde. Ich war's, wenn ich mich noch in der Spiele verlasse. Oh, nö, juli, eifig. Ich dreh mich jetzt auf Twitch. Wusstest du, es gibt immer nur Early Aces, das war nie richtig. Meine Scher-Taste, so funktioniert nicht mehr. Hallo, hallo, gut, Mensch. Kein einziger Schnapper für mein Controller funktioniert gerade. Jetzt, Digga. Ich schaue so schrecken. Jetzt, Digga. Jetzt, Lad doch, Ladenspie. Wie lange braucht diese Kack-Runde? Jetzt hol dir den Battle Pass. Ah, jetzt hab ich Kopfschmerzen. Kopfkinder. Spiel übertragen Twitch Ich hab ein Hai getötet Krass, ne? Ja, geil Sickino You're gonna fly here Sick or Maud Maud, Maud Dinokommando ist der geilste Ein richtig geiler Skin Wo Doesn? Die, 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 die die, 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 die die, 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 die Die, die, die der homag pledgesagt Vierky Metadel Mächtig Chil grippe Ich werde jetzt nur Bismarck für Blaren Nein, ich hab keine Lust mehr auf dem Stream. Schönes Stream beendet. Genug verlassbar ist doch Runde. Das hat nicht gut beendet. Ich hab mal genug geschrieben. Charta-Job. Er hat acht Stunden durchgezogen zu streamen. Ist einfach Charta-Job. Charta-Job. Ey, warum bis zu meiner Runde? Reicht mit mir, mein Lobby. Ich kick dich. Liga, wenn du sagst, ich kick dich, hast hier dein konkrete Spiel ist am hängen. Charta-Job. 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 ja aber ich nicht ich hab verlasse ich bin ich auch eine lüge guck du bist gerade erst rausgekommen ich bin weg ich bin ich bin ich bin ich bin die ich bin zu werden stimmt die gibt es ja auch noch durchschnittlich nun folgt mir den dünnden 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 der das sowieso eine barriere nach einer zeit warten auf spieler wenn 100 spieler da sind alles klar nein nur sieben Sekunden ich hab die Elfte schon geschafft man kommt nicht weiter der Helm kommt wie kann kommt man eigentlich in den Bus rein wenn man im Wasser ist nein Pleasant Park ist voller Wasser Pleasant Park ist voller Wasser wir gehen wo sind nicht will jetzt ein Auto holen nein ich gehe ich gehe jetzt ein Auto holen du bist nicht mehr gespannt als auf ein Auto aber wenn wir das Auto fahren dann da dann fahren wir die Leute an okay ja es gibt auf einmal so wenig Autos hier wo sind die um Kaka kann man in den Autos fahren ja jemand hat angeblich in diesen drei Trailer geliebt gestern aber es war voll der Fake Junge man kann ein Boot mitnehmen und fahren geil Junge das Auto da kann man nicht fahren ich habe alle Waffen haben mich für den Trailer angezogen ich wusste es doch schon Schülscher wie krass man kann ihn gar nicht mit Autos fahren nirgends okay geht das nicht Jörg 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 wenn sie da du sie mir Autos haben immer noch keinen Sinn jibi Jörg Ch meteorology wow Jörg wenn sie ich nicht Nein! Ich will nicht... Nein, nicht finischen! Kann ich die pumpen? Ich hab die noch nie gehabt. Bitte, bitte, bitte! Nein, gib mir deine Tag! Noch ein Gitler, komm! Gib mir deine Tag! Nein! Warte! Junge, ich stürm mich nicht an den Kills ab! Ende! Mit dem Pass Level 4! Und wie neue Mode, ich bin so krass, Junge! Guck dich an, du Noob! Carla, was geht ab? Warum hat dieser Battle Pass eigentlich so viele geiles Gems? Ich versuche jetzt jemanden mit einem Jagdgewehr zu töten. Dieser Battle Pass erinnert mich an den Ziegen. Bei mir jemand ist im Haus! Alter, was los? Ah! Der hohen Sohn! Los, tu ihn jetzt mit Jagdgewehr, ich lasse nach, ist mir egal! Oh mein Gott, viel, das ist in unserer Runde! Du, ich geh noch nehmen! Aber ich geb ihm so einen White-Tip! Junge, ich schieb die ganze Zeit neben ihn! Ich hab keine Monik mehr! Er hat mich ausgetürt! Alter, was war das denn für ein Geil? Ey, der Gegner kam, du weißt, was ich gemacht hab? Ich hab mich erschrocken! Ich versuch die Bots eiskalt, äh, wie heißt das für Dingschen? Ey, ich hab mich grad erschrocken und geschossen und den Typen mit 227er Headshot! Mit No-Scope! Du weißt, wie ich mich erschrocken hab? Ich, ich will gegen ein Bot, äh, äh, mit Jagdgewehr machen! Was ist? Ich schieb immer neben ihn! Ich schieb ein Millimeter die ganze Zeit neben ihn! Ich hab den grad genausgut mit Headshot! Ich schwöre! Ich schwöre! Guck Replay! Ich schwöre! Warum hast du mir auch keinen Slope Juft gegeben? Das kann man für zwei geben als Y-Suite! Wirklich? Ja! Egal! Egal! Komm! Ich hab noch einen! Komm! Okay! Hier, warte, komm! Äh! Irre genommen! Wenn man daneben schießt! Irre genommen! Ich wird auf mich geschossen! Nachhause genommen! Irre genommen! Ich könnte auf mich stand dort erschrocken! Du ekel! Hast du da auf mich geschossen? Nein, ich darf nicht! Ja! Zum Glück kommt mir niemand geschickt! Da wird deine Mutter angucken! Komm! Digga! Du gönnst mir gar nicht! Du nix gönner! Die neue Pump ist voll geil! Doch da manchmal wieder Schrott! Oh Junge! Ich hab ihm so einen Hetti gegeben! Was machst du? Du gehst ihn davon! Das ist ein ganz normaler! Ein ganz normaler Jagdgewählt! Ein ganz normaler Jagdgewählt! Digga! Aber ich hab noch nie! Ich hab noch nie mit Jagdgewählt! Ich hab noch nie mit Jagdgewählt gespielt! Und dann kommst du in Kreativ, ne? Digga! Lass den losgehen in Ruhe! Der ist OP! 6 nach 10! wirst du Bord schießen jetzt einfach herum und treffen dich ich denke es sind Bord sie treffen kein Schott der selbst schuld jetzt habe ich in Skaga von dem Bord muss haben immer den Besten also nicht damit sagen der Korinther und du denkst du bist selbst ein Bord okay dann geht mir dann nun doch okay kommt alles klar ich schaue schon wieder ein Joke ich schaue schon wieder ein Ende hier macht man den einen erneutigen wenn man fährt man den Autos die Schwanz von glückte mich an nun kann keine Haie reiten und man kann keine Autos fahren man kann keine Eier reiten doch kann man Hei kann man nicht reiten doch Eier kann man reiten kleiner Opa nichts nützt ey schäm dich schäm dich alter such den zuhause ich hab eins nicht so wie du aber genommen EY MEIN BOOTH! MEIN BOOTH! geh weg haha ich hab gereinigt okay bye bye du kannst es nicht kaputt machen haha scheiße ist fast kaputt du Opfer hör auf damit! sagst du sagst du ich nimm dich nicht mit bye bye ja stimmt eigentlich die Sohn ist da nicht mal egal ich will angeln mir ist langweil passt auch dass du kein Hai siehst wenn hier ein Gegner kommt wenn hier ein Gegner kommt ich hab grad sein ich hab grad seinen Freund gegessen das er hat mich selbstschuld ich komm dir jetzt nicht mehr helfen eigentlich sind die Größten Loops der Welt aber egal ich tu hier ganz genüsslich richtiger Schwitzer kacke ja guck dass du den Kills ich komm pass auf der schießt auf dich ich hab keine Match mehr ich hab keine Match mehr der Ruhr und sohn erst kommt erst erst ich bin 1HP erst 1HP komm bitte und die Erde er hat er zu Waffen er hat goldene Pons er hat goldene Pons er hat goldene Pons ich hab denen Kinder sag mal train 2,2,2,3 Alter Mann was ist das denn natürlich ist die MP zurück natürlich ist MP zurück digger MPs einfach zurück Alter was ist das ich hab die older Ich hab die安 ja ich hab eine Komische Bank aber ich muss das Spiel stehen ich hab die Als ob die die... Ja, nein, Fortnite ist so schlecht geworden, Mann. Digga, der Granatenwerfer ist so großer Schrott, älter. Ich schwöre, das soll ein normaler Granatenwerfer sein. Ich und Fortnite sind zusammen, hör auf, meine Freundin zu beleidigen. Der ist so dumm, Mann, ey. Eigentlich habe ich keine Freundin, aber egal. Ist so, ich gehe nach Hause. Wo sind eigentlich alle Bossorte hingegangen? Ich bin aber zu Hause, du Opfer. Ehre genommen. Was ist eigentlich mit den Dings passiert, mit den Bossorten? Keine Ahnung, wir haben Schwanz reingesteckt, dann wurde... Ja, was eigentlich mit der Yacht? Keine Ahnung. Digga, 14 Spieler haben so Glück, die kommen so schlussend. Die tun so einen auf krass, aber am Ende haben die Autoklicker benutzt. Skytrooper, OG-Gas, OG-Sky, 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 oh mein Gott, da. Nein, Spaß. Jungen, OMG, das OG-Sky, wieder. Dieser Stein da. Da ist er, da ist er, Junge. Ja! Ja! OMG, OMG, Junge, Junge, Junge. OMG, Flo, OG-Sky, 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 Junge. Das ist, was ich da so einfach machen. Nein, das heißt OG-Sky. Wie dieses Geil. OG-Sky, 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 OG-Sky. OMG, OG-Sky. Und der selber fängt an, sei der, aber kaputt. Und die sind die, die sind die, die sind die, die sind die. Der fühlt sich so richtig krass damit, ne? OMG, Sky. Gewohnsinn. Du, 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 du. Soll ich mir was sagen? Ich hab jetzt da ein Account geschenkt bekommen. Aber er hat die Daten geändert. Da, wie sei mal, ich hab ihn gekauft hab. Oh, so ¿die Daten geändert? Nein 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 Wollte sagen was auf dem Account drauf war? Hör mir genau zu Deine Mutter Dein Lieblingskin Jana OG Ghoul Ja genau, du wirst niemals so einen Account bekommen Aber ist das Skinchanger Aber unser Kopf Aber OG Ghoul Was ist das Skinchanger? Er hat sogar noch ein Passwort verändert Hä, woher hat das für den Account bekommen? Ja, auf Ebay Na Als ob deine Mutter dir so einen Scheiß kaufen würde Na ja, würde ich kaufen Wo ist jetzt der Yacht, Alter? Das ist von Wasser Das Wo ist denn der Yacht jetzt? Wo ist denn jetzt der Yacht? Ja Joga, der Yacht kann nicht mal weg sein Dann komm halt der Agency Du kleiner Witz Ich will wissen, was du hast Das ist Fass Ich bin kein Lutzer Ich bin ein Lollipop Ich lege an mir als ich bin ein Lollipop Ich lege an mir als ich bin ein Lollipop Was? Der Autority Digga, die Eonlosen Wir haben sofort den Hubschrauber geklaut Was hast du genommen? Den Hubschrauber Das war ich, Digga Alles klar, hast du eh nicht Hab ich Ey, hör auf, ich hab ne Sniper, komm Komm, hier ist ein Tag Aber die Muni hab ich auch gelogen Weil ich Ja, ich weiß nicht wo, wie das ist, Digga Der Agency ist voll clean Fast genug, fast genug Ich bin One-Shot Ich bin One-HP, du Piss Lass mich Flo, bitte Flo, rette mich Digga, der Agency hat sich voll verändert, warte Flo, du beharrter Mensch, rette mich Das Event von Jeff Pimmelberger, wegen dem gleich Alles klar Du beharrter und auch fetter Mensch, rette mich Schwarz Rum, geh, medkit 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 Du wirst mir das Er ist gar nicht mal mehr der Adrian-Zierers Oh, der ist ganz oft wiederbelebt Nein, der wird nicht wiederbelebt Wer Wenn ich nicht Ja, der Humor und so, den ich gefehlt hab Und hat eine Schwanzschaft gemacht Den hat sich nicht getraut, ihm zu fehlen Also, sie fällig über sein Ding zu kommen Seine Mutter ist halt da hinbekommen Und dann hat mich gesagt Wala Bila, komm her, mein Fabius Der Junge wusste mir das, Alter Ich hab einfach nur die Jungen Halt deinen Mund Ich komm zu dir, ich komm zu dir Nein, hin zu mir Ja Kiki Der ist tot Oh mein Gott Geil Ich bin Pro Player Ende Geh, du Streams, knipp das bitte Ey, Flo, kannst du mir die MP geben, bitte? Gerne Gerne Wo ist denn Warte Ey, Ernesto, ich kann grad für eine Zeit nicht reden, ne? Warum? Ich bin nicht wundern, wenn ich die Party verlasse Warum? Hallo? Cool? Okay Okay Der ist halt richtig gebacken Gerade Warum? Warum hat's gebackt Keine Ahnung Keine Ahnung Woll ich grad schon beleidigen, ich schwöre Hallo? Reicht mir keine Freunde Junge, wo ist jetzt mir das, Alter, ist das überhaupt der Agency, ne Autority Wetten jetzt sie ist auf einmal Brutus, der Boss Ist der wirklich jetzt in Lian, ne Waffe? MP Scheiß auf den Zahn Oh mein Gott, guck mal Die Jobteile haben mich gerettet Ich hab die Schrotti Digga, wo ist mir das überhaupt? Man kriegt voll easy ne MP Ja, wo ist jetzt mir das, Alter Jo, wo ist denn mir das? Wir beide wissen, dass ich hier von uns zwei ein Pro Player bin Spaß Jo, Wheelingzeug, komm, Fluch Fluch, komm Wir müssen gegner Wir müssen gegner Ich werfe dir was, dass du schnell erst zu mir kommen kannst Reicht mir, ich muss jetzt selber junger bei mir, den Gegner, sorry, okay? Ja Ich muss auch kaum ganz schnell Kamer hat mich grad eben die ganze Zeit in die Party geladen Ja, geh doch rein Und dann steht das Secret Samuel Ja, wenn ich versuche reinzukommen, dann geht das nicht mal Ja, ich schlag die mal ein Ja, ich schlag die mal ein Die sind bei mir nicht allein Nur Dings Nur Kamer Du hast eine Einladung Du hast eine Einladung Mir kommt da die ganze T-Agency jetzt kaputt, Mann Da steht, dass du eine Einladung Ich mach hier die T-Agency kaputt Ja, was ist los, Digga Du hast ein Hai, ich geh den Hai angreifen Du Hurensohn Ich hab auf einmal noch Ey, alles so Ich hab nochmal dieselben Kommentare von dir bekommen Er hat den Hai kaputt Der Hai hat den Hai kaputt gemacht Der Hai hat den Hai kaputt gemacht Junge, wo ist denn ihr da? Er hat mich Er hat mich Ah, ah, ah Die Hecken Bei mir waren Gegner Die haben die, die Hecken Die haben's gar Ich war auf einmal Ich hab nichts gemacht Ich war auf einmal Oh! Wer ist das? Das ist die Ingenieurin Alter, was? Was? Grabler! 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 Grabler hat nur 10 Schuss Egal Vergiss das Herz unendlich Digga, ist das nicht mehr der Agency Wenn du die in den Schuss Wir sind keine Freunde mehr Weil wir wenig lieben, ich hab Ja, du, ich hab keine Liebe Ich hab das bitte Bitte Ich küsse er dann auf sein beharten Bauch So dumm, mega Ich müsste das Junge, das ne Kiste öffnen Junge, das ne Kiste öffnen Hier links Hier links Zeug Hier links Zeug Wenn jetzt stirbt es dein Köln Ist wohl, ich sterb dann wegen dir Ja Tränk den Schack-Schack Wiggy meine ich Scheiß auf deine Warte Du hast Drunk an, Egal Scheiß Gott Meine Karte verwert Beeil dich, beeil dich und benutzt Grabler Meine Karte verfällt 17 Sekunden Junge, was ist das? Nimm das Teil, nimm das Teil Nimm das Teil Herr, was ist das? Tu dich hochrabbeln 8 Sekunden, 8 Sekunden 6 Sekunden Und geht Klapp des Todes Digga, was ist das denn für ein Gleiter Grab Guck mal, wie geil der Grabler ist Geil Hä, woher hast du den Gleiter? Hast du die Werte? Guck mal, da ist ein Riss im Hiss geworden Gibt's hier jetzt Rifts? Flo, nein Flo, 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 gib mich die Weifen Gönne Gönne mir doch einmal Palsch an, umgehe ich Mach Palsch an Ich will euch jetzt grad so angeschrieben Ich hab' gesagt, mir hört Opfer, wie echt bist du? Ich hab' hier eine, äh, Dings, äh, Lina ne Schrotflinte Ok, damit werde ich, äh, äh, mich selber töten, ok? Ich bin, ich bin ein Froh Ich bin übelst der Slider Junge Wo bist du? Ich bin der beste Spieler mit, mit, die, diese neue Drumgun, Digga Die ist, die ist krass, aber immer noch nicht Mir, das war besser Komm ich du alles schonmal zubauen Junge, an Fallschaden Hol mich einfach mal mit Mach schnell Ja, belebt mich, jetzt, jetzt belebt, Mann Junge Ist Weltapokalypse Wir machen schnell Guck mal, wie wenig Zeit wir haben Ja, so Wir müssen Wettkitz mitnehmen Dieser Grappler, Digga, der ist der beste Grappler, den es gab Ich bin ein Froh, mach nicht meine Sachen kaputt Da ist keine Wand, also du kannst irgendwie durchlaufen, da ist nicht Ah doch Ah, ich mach auf Wir werden jetzt so gerackt, ne? Flo, mach mich nicht zu Ich hab keine Match mit, da Ich will mir einfach nur Heal-Zeug Flo, aber ich schnapp den Nootrop, bitte, weil du hast okay Hol dir alles, was du willst, Digga, ich hab die besten Waffen im Spiel Und geh tag Ich nimm tag, nimm du die Lille, bitte So hier, nimm du Äh Kannst, kannst du die Munition für die Sniper geben? Ich hab keine So, ich hol nur das Mindeste, ne Scar Okay Kann ich mitnehmen? Ich hau gleich direkt richtig schnell ab Mit meinen Grappler Okay Ich hab Jumppad, okay? Ja, ich brauch kein Jumppad, benutzt du selbst dein Jumppad? Okay Kannst du mir bitte Sniper Munition geben? Alter, warum fragst du mich das jetzt erst? Ich hab 88 Und noch, äh, äh, AR Munition Davon hab ich wenig Flo, nimm die Teile hier Und lass mal Biggie Ja, okay, dann geh ich schon mal hin Hast du Pump Muni? Äh, ja, ich kann dir, ich geb dir, äh, äh, paar, okay? Warte Hier nimm fünf Stück, weil ich hab selber sehr wenig Ich geh schon mal weg von der Agency Ich geh schon mal weg von der Agency Wo gehen wir hin? Wir gehen hier hin Wohin, mach hier Mach hier, wo wir hingehen Habe ich Ich kann diese Sairotchen nicht nehmen, jetzt Hä, was war das denn? Und neiner Meteorit Meteorit Die haben Rocket Launcher Die haben Rocket Launcher Ich glaub, du kannst ja ihn holen Hier Hä, was sind das denn? Warte, ich tue die Mega Mario da Ich hab einen gesniped Hä, nö, das war Gegner Nö, kack drauf Ach Flo, Flo, Gegner sind bei mir Ich bin abgehauen, die kommen zu uns Ich bin so weit wie möglich abgehauen Ich hab einen gekillt Ich hab einen gekillt Oh, um geh ich bei Level 5 Ich hab 100 Bebats bekommen Geil, aber ich war jetzt mal ne Bebats Auf, auf den, auf eine Sache, ich kann nicht noch Alter, ich hab einfach die mythische Pump Tschüss Gibt es, gibt's ne mythische Pump? Gibt's eine mythische Pump? Ja Zeig mir die mal Ja Also die abgehauen Aufgeladene Strohspunk Ja, zeig, ja, markier die mir mal Ich will sehen, wie die aussieht Tschüss, sieht die geil aus Oh Mann, Alter, das ist ne gute Runde Meine MP muss ich verbessern Na gut, du hast ne gute MP Digga, mit dieser Dronegun laser ich mehr als bei mir das Digga, wir haben vor dem Brabalut Wenn das ein Win wird, ich schwöre Wir sind einfach gut Aber ich hab immer so nen Handy Gleiter, der sieht voll geil aus Welchen, zeig mal dein, äh, was, zeig uns? So nen Vogel Den kriegt man mit den, und wenn man nen Grappler hat, mh, hat man den Ich dachte schon, man Ich wird grad angeschossen Und gebe ich, hat niemand gesniped, pass auf Bei mir ist ein Gegner, bitte komm Ah, ich muss selbst mal was schaffen hier Wie viel Schaden macht die mit hier? 102 Schaden macht die pro Schuss Komm, die sind bei mir Es gibt, äh, es gibt diesen neuen Muskelkater als Boss Du, helf mir Ah, du bist da, okay, ich komm auch rein, ich komm rein Erst bei mir, erst bei mir hat mir so nen Wurm kommt gegeben Der Hohrensohn, der Hohrensohn, der Hohrensohn, ja, der Hohrensohn Kannst du mir zum Ruhrensohn, der Hohrensohn, und dann komm mal Kannst du mir zum Ruhrensohn, nochmal spielen Dann komm rein Wir gehen jetzt erstmal nochmal der Mein neuer Lieblingsort, die E-Tority Der ist so geil Ich geh mir kurz mein Essen holen Ich geh mir kurz mein Essen holen Ich geh mir kurz mein Essen holen Aber du hast uns gern bekommen Muss man halt sagen Aber ich kann auch online zocken andere Spiele, wenn ich mal keine Lust auf Fortnite hab Ja Aber nur nen Monat, gell? Drei Monate Was? Drei Monate Drei Wie viel kostet das? 25 Euro Hat dein Vater dir das erlaubt zu holen? Du kriegst jeden Tag, wenn du eine PS-Ankarte und wirst geführt in der PS-Ankarte Warte mal Guck mal, ich kann in einem Skin reinlaufen Alles klar Guck, ich lauf in deine Skin rein Das sieht irgendwie falsch aus Warte, ich muss mal überlegen, wo ist eigentlich ein neuer Ort? Hier ist ein neuer Ort Muskelkaterfabrik Ey, ich weiß jetzt Ich weiß was passiert Das Muskelkater hat ein Kind gemacht Und dann ist das da eingezogen Sehr cool Wir sind hier nicht in einem falschen Film Wir sind im Fortnite, jetzt ab 12 Und ab 11 oder 10 hat man eine Sexualkunde Deswegen dürfen die das heimbringen Weil die lernen es ja eh Ich weiß nicht, ob sie wie es in Amerika ist, aber in Deutschland ist es Hier ist nämlich die legendäre Schrotflinte Also, also, äh, ich meine mit Tische Krieg ich die auch einmal Mal sehen Und geht das ein Gegner Warum sind das Toaster als Bots? What the hell? Ja, das sind Toaster Ich ziehe Ich ziehe Ich ziehe Ich ziehe Oh nein, er will nicht mit mir Nicht mit mir team, Junge Der hat ne Waffe geschritten Sollen wir mit jemand ein Team? Junge, ich kann nicht mehr machen Junge, von überall Junge, von überall Ah, es ist ein Wurst Nein, es ist ein Wurst Ich hab gedacht, du bist ein Gegner Ich habe keine Waffe Los, ich geh mir eine Waffe besorgen Komm jetzt zu mir, Alter Ich bin nicht verrecken Ich hab keine Waffe Ich geh mir eine Waffe besorgen Ich hab jetzt eine Waffe Ich komm, ich komm, ich komm Soll ich mit dem Team? Catty Corner Catty Corner Catty Corner Ey, ey, hua so, hua so Catty Corner Kill diesen Typen hier Der ist irrenlos Dankeschön Junge, meine Tag Meine Tag Ich hab den grad eben gekillt Ja, okay, warte Ich geb dir den Ich bin großes Kino Ich muss 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 großes Kino Gibt mir jetzt mein Geld Gibt mir jetzt mein Dings Muni Muni Für was? Tick Ich hab keine Muni Tick Ja, ich hab noch eine Muni Hier, nimm 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 Geh nach, komm Da kann ich bauen Ah Ey, der Uhrensohn Der Uhrensohn Der Uhrensohn Der Uhrensohn Er killt mich Noch eine letzte Runde Ich hab ja noch 5 Minuten eine Runde gespielt Was? Digga, Fortnite ist so schlösen Hallo, die haben wir gewonnen Da kann man gar nicht mal mit Autos fahren Was haben die mich angenommen? zu wild! Jetzt! Kacka! Irgendwann, da kann man nicht mal Autos fahren, wenn die sagen, man kann ein Auto fahren, das liegen die ein an. Ich hab 200 Vibas! Endlich! Ich kaufe jetzt einen Tanz! Sollen wir den 200 Vibas einen Tanz kaufen? Sparen! Sparen! Schönen! Guck mal, was das für ein kleiner Bot ist, ich kann das besser. Kennst du es, wenn du Fortnite zockst, aber die komplett langweilig ist und du dir dann eine Serie machst? Ja, aber dann immer noch Fortnite geht's. Ja, da nehm' meine, die herkommt. Nee. Kann ich nicht. Montes Kacke. Niemand mag ihn. Schmonte. Der ist voll viel als Dings beleidigt. Wen hat er beleidigt? Als Huern so. Wen hat er nicht als Huern so beleidigt? Ja. Egal, ich feier ihn auch immer. Was hast du denn in seinen Chat geschrieben? Du bist ein Pupo. Du bist ein Pupo? Ja. Hat er auch deine Mutter vielleicht, weil er geht ja immer auf Mutter? Ist so ein kleiner Trick, ja. Hä, ist doch nett. Spaß. Doch, macht man keine Witz. Mal auch lieber die Mutterwitzel. Mhm. Nur bei dem Vater. Hm? Digga, es gibt immer noch die Bunker. Die sind immer noch unter der Agency. Ich finde die Grafik ist anders. Ja, richtig kacke. Ja, ist okay. Ich bin ein großes Kino. Die sollte besser sein. Sehr um die Warnsinn. Sag nicht, du hast schon wieder Heli. Ja. Hä, Junge, wie kann man durchsuchen? Man kann jetzt ganz anders durchsuchen. Wie dann? Ja, man muss, äh, äh, drei Druck. Was ist das? Bei mir nicht. Dann muss ich das immer auf die Eck. Junge, bei mir sieht es so aus, als wäre ich auch in den PZ. Ah, Digga, ich dachte, du bist doch ein Heli. Junge, Junge, das finde ich nicht. Du bist blöde, du bist blöde, du bist jung. Nein. Tschüss, ich verlasse, man. Ich hab verlasse. Ich bin ein großes Kino. Ich kann denen gar keinen Schaden geben. Na, warte, guck mal, was ich mache. Bin ich schlau oder bin ich schlau? Bin ich schlau? Alles dumm. Ehre genannt. Äh, warte, ich darf mich nicht so falsch anschauen. Ich kann auch deine Karte einfach nicht holen. Oh, Digga, Digga. Digga, Digga, Digga. Digga, 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 Prybler. Prybler, 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 Prybler. Prybler. Er hat Ehre komplett zu uns beiden genommen, du hast keine Waffe. Na, tu mal. Team. Trickspot. Alter, ihr Leder ist so groß wie meine ganze Ehre. Dein Pimmel ist so groß wie deine ganze Ehre, okay. Hey, das hast du doch gesagt, Junge. Ey, immer dieser eine TikTok-Witz, den jeder schon kennt. Digga, mein Pimmel ist so groß, der geht von A bis Z, scherf deine Tastatur. Oh mein Gott. Komm, eine Runde noch. Ernesto, mach jetzt. Da sind wir keine Freunde mehr. Fortnite. Junge, ich bin jetzt in der Lobby. Nein, ich verlass es jetzt. Mach doch ein. Mach doch ein. Mach doch ein. Mach bei. Bei. Ich bin der beste Spieler mit Grappler. Du kannst mir bitte auf mein zweiter Komm 2FA machen. Ja. Weil ich hab da noch 300 V-Bucks. Ja. Und wenn ich dann hier Level 100 bin, weil ich halt eh kein Wettkopf bekommen kann, kann ich da Level 500, Level 100 zu spielen. Und dann hab ich 500 V-Bucks. Dann kann ich mir was schenken. Mir was schenken? Oder ich schenke uns beiden einen Tanz. Was? Das machen. Wenn ich heute 2FA mache, dann hab ich noch mein zweiter Kommt jetzt paar Level spiele. Hätte ich 400 V-Bucks. Ich bin großes Kino. Wie ne Apple Kino. Ne 600 V-Bucks hast du dann. 600 V-Bucks. Meini Shin die das ist ein Mann! SHIN afflict. Nein mach' kein Grad der Graz aus. Das A chor vom Movement. Mach' kein Grad der Graz aus! Mach' kein Grad der Graz aus! Mach' kein Grad der Graz aus! Schlechte ihr ne thank? Ein Du m?? Ja und so ein' noch raro? Schlechte die 27 zu fl achter schwer zu trocken. Ich seske mich, das gib'n der Price von shit, ich mach' dir etwas an der sage.. Ja, Mensch mach' die 8.08! Ja. Nein? Steck' da neuer Trangecode. Du musst' sagen mal. Gleiches Zielog. Wer hat ihr den geschenkt oder gab es den Insel? Oh, das ist die Sensor. Sie sind immer vor meinem Cellphone. Lieblingssängerin. Ich sag gerade, du machst Katja Kraswil schon. Gido. Das Gido. Dem Gido. Selbst tanzen auf den Tischen. Jeder kennt meinen Namen, doch keiner kennt meine Geschichte. Ruhe. Man, ich verliere nicht die Kontrolle. Mein Schwanz wiegt eine Tonne. Ich poste eine Story. Und Mädchen holen sich eine runter, weil sie eigentlich ein Mensch sind. Sieht sich schon besser. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Wie macht man überhaupt so einen Text? Der ist übel schön, Digga. Nein, Spaß. Digga, die ist überhaupt zu. Digga, Risky... Nein! Risky Reels wurde zugemacht. Es gibt kein Risky Reels mehr. Der Uhren so und der hat Eiskap meine Waffe geklaut. Stell dir mal vor. Ich hab eine graue Pistole. Weißt du? Die Mitte von der Agency, da wird jetzt Land wachsen. Und hier hinten kommt dann Luke Lake. Und dann... Ah, das ist ein Bot! Ah, helf mir Flo! Flo! Flo, ich bin fast tot! Ich kann nicht mehr schießen! Flo, ich bin tot. Ich bin fast tot. Ich kann hin. Bitte lieber Gott, lieber Gott! Junge! Mein Helikopter ist kacke! Ja, Mann. Er ist der Kill. Flo, ich bin sowas von tot. Da ist ein Mad Kid! Ich hab keinen Money mehr. Oh mein Gott, wie dieser Bot da ist! Bis zum nächsten Mal. Flo! Flo komm zu mir! Ich hab Felix zerfenkt. Ich komm zu dir! Komm! Ah! Was machst du? Ah! Ja, ist doch helfbar! Schlaues Gameplay! Hiel mich! Ich muss nichts drücken, erst abends. Einfach von selber. Wirst du, Digga. Ich kipp dir keinem Zeug. Komm, komm! Gib dir keinem Zeug, 3 Sekunden später. Komm, komm, komm! Wir müssen rasieren! Ich will die Nummer vor meinem Cellphone. Bad Bitch, Shigo. Ich will schon essen. Ey, die Fotze! Ich will den Headshot geben! Nein, nein, bitte nicht! Gib die runter! Ich hab ja 1,25 Geld, die geben, Digga, ich bin einfach der Beste! Digga, 215 Headshots! Ey, Junge, ich hab auf deinen Hintern geschossen! Hol du Tresor, du kannst den Tresor für dich haben! Ich hol nur die beiden Sachen! Nein, Flo, gib mir aber den Grabler! Nimm du den Tresor! Gib mir einmal eine! Ich kann besser als du da mitspielen! Nein! Nein, Junge, dann... Ich auch! Guck mal! Du hast gleich... Guck mal, ich... Ich... Ich spiel... Ich muss gleich weggehen, ne? Dann kannst du tausend Mal den Griff bekommen! Da sind Gegner! Komm! Da drin sind welche! Ich schenke ein Biggie erstmal! Oh cool! Die kennten da die dreckigsten! Die kennten da die dreckigsten! Die kennten da die dreckigsten! Zeig denen jetzt mal, was kennten das! Geh mal, geh mal, geh mal! Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Ah! Flo, 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 komm! Wait, wait, wait! Bleib von hinten! Der Ruhe Sohn! Von hinten! Oh Mann, Alter! Ich hab ihn... So viele Lecklinge, man! Die du sohn nicht der Schumannes! Neee! Neee! Wir wissen nicht so, dass du Weissstung kriegen müssen! Wir werden jetzt zum Tresor gehen müssen! Dann wärst du bereit, bin Chetty überleben! Bitte gib mir einen Krader-Code! Bitte gib mir einen Krader-Code! Gib mir einen Krader-Code! Du siehst du schon das Estens, so sieht man die Checks gibt der Bitch keinen Nosef! Was hast du mir gesagt? Da wird ein Blöker! Wenn du mir Creator-Code machst, dann kann ich auch Casting-Games für uns machen. Okay, wie macht man das? Keine Ahnung. Doch genau so eine bist du. Wenn du mir zwei FA machst auf beiden Accounts, dann gebe ich dir meinen Account an. Dann kannst du es ja machen. Ich hab keine Ahnung. Willst du Casting-Games spielen? Ja. Was steht da? Wer hat gerade gesagt, der ist in einer Runde? Hä? Wer hat gerade gesagt, der ist in einer Runde? Nein. Leute, ich bin in einer Runde. Niemand will ihn hören. Ja. Ja. Schwuchtel, ey. Halalfleisch. Ey, guck mal. Reaping Woods ist jetzt komplett weg, ne? Nein. Nein. Doch. Ich wollte aber noch einmal mit meinem Schwanz darüber gehen. Das hast du nicht gehört. Deswegen wurde der Pilz auch weg gemacht. Mann, der ist ein bisschen zu geil. Oh. 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 Ja, Digga, der Battle-Pass-Skin. Der Hurensohn. Wer den schön findet, ist das nicht. Oh, ich will diesen Tuxkin aber nein. Doch der ist schön. Oh mein Gott, richtig geil. Loh, ich hab ein... ... ... ... Wenn, ... ... ... ... ... Ende. So gut. Ende. Das sieht so geil aus, dieser Nosekin-Digger. Erstmal tust du dich auf Skins aufreilen, jetzt auf Nosekins aufreilen. Ich bin nicht. Auf Gabeln. Ja, okay, wir verrecken gleich, okay? Was ist? Junge, warum schwimmen die Gebäude auf Kacke? Was eigentlich jetzt mit Pleasant und Shadow passiert? Ey, komm, unsere beste Freunde, schenken wir Battle Pass, wir kennen uns so lange. Immer diese Menschen. Was denken die sich dabei? Schenken wir Battle Pass, bitte. Wie viel Geld woraus schon, das stehen wir da verschenken? Eine Milliarde Euro. Luftkissen bestehen aus Luft und wir können in Fortnite Metall abbauen und Stein. Nein, aber wir können ein dummes Luftkissen nicht abbauen. Alles klar. Ehre genommen. Ehre genimmt, nach Hause genügt. Meine Mutter habe ich mir eine PC-Ein-Karte kaufen lassen. Ja. Ist noch Iris im Shop? Iris? Nein. Neue Season. Ich habe gerade voll vergessen, dass es eine neue Season ist. Ich werde über... Ich werde meine Mutter... Wo gibt es ein Netto-10-Aps-Ein-Karten? Neckes? Da kriegt man nur Codes. Da kriegt man nur Codes auf so eine... Netto. Ne. Wo gibt es überall 10-Aps ein außer Aldi? Bei deinem Vater. Junge, ich sag ehrlich. Du bist großes Kino. Ich würde, du näherst jetzt gerade. Ja, sag doch mal. Tigger, du näherst auch gerade. Ja, Junge, du näherst. Hör auf damit. Was hast du gemacht, Alter? Warum beleidigst du? Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf zu probeln. Hör auf zu probeln. Hör auf. Hör auf. Wenn ich jetzt ein Laser kassiere, dann... Immer wenn ich so ein Bot töte und aus der Kiste... Ja. So eine, äh, Dings bekommen, denk ich manchmal schon. Ich bin einer von allen. Geil. Junge, wo ist Jule? Nein, Alter, die ist schon nicht schön. Hubschrauber. So, bei mir ist ein Hubschrauber. Hilfe mir. Hilfe mir, ist das nicht toll. Ah, Flur, die Bots killen mich. Die Bots killen mich. Die sind overpowered. Ich suche Jule, Digga. Die ist da oben, komm doch. Da. Ah, Digga. Die Fotze. 1,48er, äh, schon. Gib mir dann den Tresor. Ja. Wo hast du die Tresorkarte? Ich höre schon ab. Ich gebe anders hin. Ich habe die Tresorkarte nicht. Du hilfst mich nicht mal. Ich habe nicht eine. Warte, ich gehe mir kurz den Fankern holen. Da komm ich. Du rennst einfach weg mit den Grappler, ohne mir was zu sagen. Ah, Gegner! Ich kriege einen Loot-Druck. Ich komme. Hast du deine Karte? Ja. Ich kriege den Tresor. Ja, fast alles. Ja, Mann, MP. Ich habe die Tresor. Hier ist ein Haus für dich. Nein, du. Gib mir die Tresor. Gib mir die Tresor. Ja, okay, Junge. Gib die, du kennst dich. Ja, hast du doch. Mein Schniedel kriegst du aber nicht. Bist du jetzt wie Mörder oder was? Ich bin ein Leerer. Mörder. Wusstest du? Ich bin Mörder. Was hast du? Hast du was gegen ihn? Hast du was gegen meinen Bruder? Hä? Du sagst Bruder zu ihm, aber beleidigst ihn. Alles klar. Hey, er darfst du. Ich habe recht drauf. Er beleidigt mich jeden Tag. Also, au. Als Fummel sagt er oder was? Ich habe darauf ein Recht. Aber was geht's? Willkommen zum Stream. Frag mich auch, warum ich streame. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 35. Okay, okay. Entfolgt ihn, Betale. Ist sehr leise. Ich mag ihn nicht. Er hat mich abgezogen. Er hat meinen Account gescannt. Glaub ich nicht. Er hat meinen Account gescannt. Er hat mir noch nie was geschenkt. Doch er müsste ein Freundes. Ich habe ihn schon reise. Hallo, Hashtag. Hallo, Hashtag. Hallo. Hallo, Scheiß-Allo. Hashtag. Hallo. Er hat mir alles geklaut. Er hat meine Relegate Raider 18 geklaut. Ich bin 7-Hex. Er hat meinen Account gescannt. Ich bin 7-Hex. Meine Relegate Raider Account. Komm, lass uns jetzt erst mal ein Video drüber machen und lustig sein. Hahaha. Tschö, Flo. Ey, Junge, man kriegt keinen Fallschaden mehr. Ich weiß. Letztes Mal, du bist am Fallschaden gestorben. Ich denke mir, Junge, du hast fucking noch mal Brabler. Nein, bin ich nicht. Flo, ich bin am Fallschaden. Ich bin am Fallschaden. Ich bin am Fallschaden. Sie im Kommentar, yo. Hallo, 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 hallo. Durch die Schwickbahn aus dem Chat. Flo, wer, 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 wer ist? Der schreibt die ganze Zeit Hallo am Spam. Junge, ja, wie heißt der? Vielleicht kenne ich den. Siebex 2000, irgendwas. Wie? Siebex 2000? Siebex. Siekörner mit Brot 2000? Siekörner mit Brot 2000. Siebex 2000. Trauen sich, oder? Ich komme jetzt zu dir. Mir ist langweilig, um dich. Hör auf zu Spam, Alter. Manche Leute sind noch hobbyloser als du. Hör auf zu Spam, oder ich ficke deine beratete Mutter. Warum sagst du sowas? Du weißt gar nicht mehr, ob das stimmt. Deine Mutter ist, deine Mutter ist behaart. Nee, die war gestern. Ich habe. Hey, hallo, kannst du reden? Ich habe Hallo gesagt. Er kann nicht reden. Da ist ein Gegner. Flo, ich glaube, da war ein Gegner. Gegner sind schwule. Ey, lass ihn in die Party ein. Ich habe keinen Respekt. Ich will die Party verlassen, okay? Hallo? Flo, komm, lass die Party verlassen. Dann können wir mit ihm reden. Na, mit wen? Ja, mit Kara. Junge, komm, das ist eine Runde. Ja, Junge, du kannst auch verlassen. Guck mal, ich habe schon zwei Gegner. Ja, warte, ich bin verlassen. Verlass auch, Junge. Also, Party. Frei. Lad ihn noch ein. Nein. Nein. Ich habe mich verlassen, Junge. Ich habe mich verlassen, Junge. Bist du überhaupt in seinen Dings? Ja, ich bin in der Runde. Ja, im Namen von Kara in sein Lobby oder was hast du gesagt? Ja, warum redet er mich? Kara, wenn du mich hörst, dann schlack. Kara, wenn du mich hörst, dann schlack. Kara, wenn du mich hörst, dann schlack. In Sachen frage ich mich immer noch. Okay, er hört sich nicht. Kara, was ich will? Spaß. Warum ist dieses Gebäude? Einfach, äh. Kumpel, komm mal, Junge, du bist so weit. Du bist von einem anderen Ende, der Meck. Willst du mich jetzt ficken? Ja, komm her. Sag, du, ich steh'n. Was siehst du? Ja, du bist ganz so anders. Ich habe nur Grappler, Junge, damit kommt man nicht weit. Wie weit war das? Ja, wie schnell bin ich bei dir? Ist das nicht losgehebt? Da, Gegner. Passiert. Na rein. Was ist das? Junge, ich habe Schafen bekommen. Äh, Bastardo. Was du da hast, der Entfaktus gemacht hat. Nö. Ah. So, gleich ein Entfaktus. Mach dir weiter. Weil ich weiß, ob wir schon in den Leuten liegen. Junge, hilf mir doch mal. Da ist der Urso. Was ist das? Gönn mir die Lina in der Park. Gib mir Jagdgewehrs, das, Digga. Gib die. Ja, dann gib mir. Gönn mir, gönn mir. Warte, hier. Ich gönn mir. Er soll sich, wie man das Jagdgewehr gibt. Zeig, zeig, zeig. Das ist auch kein Jagdgewehr. Doch. Das ist ein Jagdgewehr. Kannst du auch nicht geben? Hier vier. Ich habe keine Gegner. Ich habe ein großes Kino. Wie eine Essentilion. Wenn man unter Wasser guckt, dann sieht man schon die Dings. Sieht man Risky Wheels. als er sich in den letzten Jahren der Karte nach unten ich dachte kann das nicht nur die Eierer der Karte statt ich mache es nicht mehr werden der hat hier nicht mehr auflucht ich hab's gefunden ich dachte ich bin ein Pumpgarn deswegen bin ich immer bis mehr gestorben ich dachte ich bin ein Pumpgarn ich bin schon Level 8 Ich bin der bis 6, sollte ich auch noch vor mir im Spiel, das ist gar nicht ein Schnitt. Du hast gar nicht auf mich gewartet! Wenn man einmal Waffen einstellen will, ab am Ende bemerkt, dass ich Leute versuchen zu schnappen. Und ich mir denke, Digger, die Gönnt hier mit Gansch. Gali von Gali! Genau wie ich gerade bin, ist gerade Solti untergegangen. Ist Solti weg? Ja. Nein. Nein. Das halbe Solti ist nur noch da. Was? Solti! Solti hat Wasserflecken, deswegen... Ich meine gerade. Ich bin gerade neben mir weg. Ich bin wegen dem Spiel, hör hin. Vor allem drehen, dass Solti weg ist. Da werden wir die Schwitzer. Meine Höhle ist ehrlich. Mein Solti! Ich bin nicht. Ich bin nicht. Digger, das ist einfach Muskel-Kater... ...Angriffs mal klar, ok. Ich hab' hier, da war einfach nicht, da war einfach Shadow Muskel-Kater. Hä, wer, wer, wer... Nein, 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 Schuss! Junge, was ist das für ne Musik? hier haben wir schön wenn ich den gröbler hätte ja wäre schön aber es gibt leider keine zwei, ich will jetzt, das gibt es Club-Latte im Gegner, also diese wo man es ging hat da du Gegner, ich fick meine Tochter nein, nein, ich hab keine Tochter, nein nein, so einen Moment, wenn du realisierst, dass du wirklich, ist da auch ein Gegner da ist noch ein Boot wie weit hab ich lackiert, nicht da nein, da, ich mein da Junge, ich werd gerade so rum, komm, komm, lass jetzt ein ich renn nicht so rum boah, dich zu und ich komm da sind immer ein Gegner du helfst mir dieses Jagdgewehr ist noch op als dies gab ich bin so One-Shot, ich schau ab, ich kann das nicht die haben mir so einen Hicke gegeben ich hab mich so einen Hicke gegeben, ich hab mich vor ihrer Luft geschneit die Schalei und stirbt heute hab den, wollen mich jetzt ficken kein Hickeweg oh Mann, komm, lass mal ein Scha- ein Scha- ein Ding, ein Hai suchen und dann auch hier reiten Was ist eigentlich mit der Zone? Was ist das denn die normale Zone? Lagerfeuer Ach, ne, 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 ich hab's euch verabredet, ich war schlecht, Junge In dem Kokon, der Hohenzoll Schmelde Spiele melden Mit Gegner verpünften Gegner verpünften Das hat er gekickt Lauf, nimm den Lut, nimm den Lut, nur das mit dem Chip ab, ey Schau, komm, komm Was, das war die letzte? Was? Hä, ich war halt geschwächt, Junge Ja, okay, ich war, ich muss offline Was? Und den Typ mit der beharten Mutter, der gesfammt hat, ne, sorry Hallo, hallo, hallo Kava hat verlassen Ey, Kava 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 Du bist direkt die Nummer Ja, Digga, das wäre nicht dein Vater Soll ich jetzt Sachen einfach mit dir Darf ich dir schön geben? Ja, okay, tschüss, wir sehen uns morgen wieder Ja, tschüss, du stinkst Nein, später Weißt du, äh, warte, bis ich wieder onkomme, okay, bitte spiel so lange nicht Und wie viel, wie viel kommst du on? Wenn du das machst Was, machst du? Und wie viel kommst du on? 13.10 Uhr Komm, Juliana Ich wollte es? Ja Na, Digga, ich tschau noch so lange, okay? Ich warte auf dich, okay? Okay Okay